Ich brenn's in meinem Reiseschul, fort mit der Zeit zu schreiten. Was sollen wir agieren nun vor so viel klugen Leuten? Es hebt das Dach sich von dem Haus und die Kulissen rühren und strecken sich zum Himmel raus. Strom, Wälder, musizieren, Strom, Wälder, musizieren. Aber ist doch besser, wenn man immer an der Kette mal anfasst. Ich kann mich daran erinnern, dass wir letztes Mal einen Haken hatten, der sich gelockert hatte. Weiter und dann über die Brücke. Jeder kennt den letzten Akt von allen, die da spielen. Nur der da droben schlägt den Takt, weiß, wo das Kind will zielen. Weiß, wo das Kind will zielen. Wenn der noch nicht reif ist, ist es natürlich schlecht. Der ist auch reif. Oder wie der noch nicht reif? Oder wie der auch? Oder wie der noch nach einer Kette mal anfassen. Oder wie der auch das Kind will zielen. Und das Weile jetzt nur gehackten zu auf dem. Und das die Hände zum Himmel, dann lasst uns müde sein. Wir klatschen zusammen, und Aya ist allein. Dann kommt er dann wieder mal rein. Also, und nachher wird der Franz einen Freitanz machen. Dann wird er die schönste aussuchen. Aber bitte geben Sie ihnen keinen Chor. Stirr mal auf, klatsch mal mit. Ich guck dir, sie sind doch gleich da. Da haben wir die grau. Stirr mal auf, klatsch mal mit. Aber viele Hektige haben wir sicher. Danke schön, die großen Hosen. Zu meiner Frau. So wach und so ein Mann. So wach und so ein Mann. Danke schön, die großen Hosen. So wach und so ein Mann. So wach und so ein Mann. So wach und so ein Mann. Es ist so, es ist so.